holen ein feuerzeug und eisen und ändern die verzauberung hier das feieraspekt von dem schwert runter kriegen damit wir auf endermann jagd gehen können und was zu essen müssen wir dran denken ganz wichtig haben wir jetzt nur noch ein steck in der tasche oder so ne ja da kommen wir nicht weit mit entschuldigung oh ja da sind sie stehen sie schon wieder nein das sind mir zu viele ja ich weiß kommt kristereck einfach platz erlats so du auch steht ja noch einer hinter mir hat hier von wieder für creeper löcher sind normales wieder reparieren da war eine spinne hinter uns creeper 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 kein creeper aber endermann ja hier feieraspekt bringt jetzt eh nix naja vielleicht stirbt er ja irgendwo wollen sie in der nähe da war ja klar verdammt hat er sogar ein zuckerrohr weggerissen der sack noch einer nein müssen wir wenigstens diese fluten hier verhindern das sieht ja furchtbar aus entschuldigung ich kann nicht das rausschneiden das war ein müsterchen habt ihr das gesehen der creeper hat sich freiwillig an dem kaktus gerummelt na komm her noch einer ohne fahrschein kommt 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 ja ihr könnt ruhig alle näher kommen solange der da hinten sich noch ein bisschen zeit lässt ja du kriegst auch direkt was wunderbar zu euch gehe ich jetzt nicht extra ich wollte nach hause und wir sollten noch mal was essen und ein stück rüstung ist kaputt gehören ja der helm geht immer sehr schnell kaputt na kollege ja alter in gold rüstung ich war davon gedroppt ne creeper mitten im dorf das muss nicht sein das lassen wir mal okay auf wie hätte ich vielleicht doch nicht machen soll ich springen so gerne treppen runter und das in meinem alltag macht ihr solche gags auch nein ich hatte schon immer so ein fable fürs springen war sind hier spinnenversammlung vor der tür aber bitte keinen creeper hier keine zu hause wo sind denn die hundis wo sind die hundis fällt mir denn jetzt gerade mal so auf da knurrt einer ist also irgendwo ach wer war noch spinnenaugen so jetzt brauchen wir die kurz weil durch die mod müssen wir den neu aufbauen sonst funktioniert auch wenn er genauso aussieht und da ist er mit per cost auch man kann auch reparieren damit darf wollte ich eigentlich gar nicht aber ich muss glaube ich aber die muss ganz sein ja genau so jetzt kann man nämlich hier feier aspekt unternehmen dafür tun wir looting auf drei wir könnten auch das klassische geht auch was auch ganz witzig ist wir können die waffe drin liegen lassen dann liegt sie da drauf so das ist doch ein vernünftiges endermaniak schwert was fehlt uns und die hose ist auch fast kaputt und dann wird verzaubert also brauchen wir nehmen wir direkt mal ein bisschen was mit ach quatsch na da wollte ich dran die fügen wir zusammen ja so viel bringt uns das jetzt nicht aber naja immerhin obwohl eisensparen ist totaler quatsch geworden wir können ja gleich mal zur eisenfarm gehen da dürfte mittlerweile ein bisschen was sein wäre das auch erledigt wir haben das haben wir alles genug vor allem haben wir Eisen in der tasche gar kein thema gut brauchen wir irgendwas brauchen wir das feuerzeug wollten wir mitnehmen wo ist es Feuerzeug oder hier drin oder haben wir noch Eisengitter da kann ich sagen irgendwo haben wir doch ein feuerzeug oder zu essen haben wir oben fackeln können wir mitnehmen na pfeile können wir auch ein paar mitnehmen power 2 power 1 ok was zu essen papa ja ich glaube wir kommen wir nehmen die händchen mal mit die kartoffeln die kartoffel kann man da rein tun könnten wir mal beraten die kartoffel auch da sind gebratene kartoffel naja komm tu mal die weg so wo knoten der ach da sitzt da und der zweite backen gerade wiederum die zwei das ist auch noch einer hatten wir drei ich dachte wir hatten nur zwei Hundis interessant ja aber gucken wir mal wir werden ein bisschen Eisen verbrauchen obwohl das was wir da jetzt in der tasche haben reicht eigentlich vollkommen aus aber ich bin neugierig also gehen wir mal gucken was wir so an Eisen haben hinten und holen uns da was ab weil wir werden ja auch für die dinger hier noch jede menge brauchen haben wir hier noch was hat man mitnehmen müssten äh nicht so wirklich was vielleicht wenn das alles dschungel wird naja ne können wir alles hier lassen was wir auch mal machen könnten in nächster zeit wenn wir da hinten aufhören wir sind zwar immer noch nicht leider 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 immer noch nicht auf 162 aber wir könnten ja hier schon mal einen pferdestall bauen für die pferdchen die wir mit 162 holen werden ähm hier geht's hoch auch wenn wir noch keinen Heuball machen können die ich mir bei dem pferdestall als Dach vorstelle aber obwohl machen wir das als Dach ja doch ich glaube schon aber auf anfangen könnten wir es auf jeden fall hier müssen wir auch noch auch noch abreißen hier gar nicht mehr dran gedacht die ganzen Dirt-Hilfen noch die ganzen wie am Turm hinten und was haben wir hier schickes wie viel würde es sein ja wunderbar fast vier Stacks ohne dass wir was dafür getan haben beziehungsweise ja gut wir haben ja das Ding da hinten gebaut das lohnt sich doch dann kommen wir gleich mal das nächste mal hier wieder hingehen machen wir das so wobei hier passt so viel rein das ist eigentlich egal wie lange wir wechseln und selbst wenn dann was verloren geht scheiß drauf ganz volle Kiste das wäre ja übel achte jetzt war ich kurz orientiert desorientiert wo man denn hier wieder rauskommt hier geht's lang so die Bauhilfen da noch kurz abreißen und da könnten wir das Bett mitnehmen genau wir reißen den ganzen Krempel hier schnell ab und nehmen das Bett mit wobei ich jetzt hoffe dass hier nichts mehr in der Kiste ist ach so jetzt weiß ich es wieder wir wollten ja hier noch was dran machen na egal das machen wir jetzt äh hei Untertitelung des ZDF, 2020